ein neuer tag ein neuer booster und damit wieder herzlich willkommen hier auf meinem kanal so heute geht es los mit licht zauber stein 100 lebenspunkte mit dem artwork der hand der lehre zuflucht von belial beatrice's fluch mauer des schreckens ist du das noch der friedhof von amadeus zuflucht von carlina dann eine rare karte der fünfte segen blitzstrahl kurzbogen und die holo heute ebenfalls eine rare dämon von hochmut und habgier dann bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen und wenn ihr wollt sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dahin ciao so Untertitelung des ZDF, 2020